Herzlich Willkommen in der Zurück zum Ursprung Kochwelt. Ich zeige Ihnen einfache und schnelle Köstlichkeiten aus dem biologischen Lebensmittel der Ursprungsbahn. Wir benötigen Pastinaken, Heu, Essig, Öl, Ingwer, Grässe, Mohn, Joghurt und Kräuter. Die Pastinaken aus der Region Marchfeld sind nicht nur eine würzig herbe Alternative zur Karotte, sie lassen sich auf die unterschiedlichsten Arten zu bereiten. Bei Methode 1 wird die Wurzel in Heu gegart. Als nächstes wird die Pastinake in Kräuteröl gegart. Bei Version Nummer 3 wird sie in Essigsut gegart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Pastinake in Kräuteröl Welche Rezept finden Sie in der Zurück zum Ursprung Kochwelt?